Und von Paris geht es weiter nach Berlin. Dort begrüße ich Nicole Westing. Sie sitzen für die FDP im Deutschen Bundestag. Vor allem sind Sie aber Vorsitzende der deutsch-französischen Parlamentariergruppe. Sind Sie denn überrascht von den aktuellen Entwicklungen heute Abend in der französischen Hauptstadt? Nun, das bin ich nicht wirklich, denn es hat sich ja angekündigt, auch wenn es eine historische Sache war mit diesem Misstrauensvotum. Also da konnte jetzt niemand hier in Berlin überrascht sein. Wir haben am Montag zusammengesessen mit Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich im Rahmen des Vorstands der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung, dem ich auch angehöre. Und ja, wir haben uns ausgetauscht, aber eben mit zwei Dingen im Nacken, die mit Neuordnung der politischen Verhältnisse zu tun haben. Jetzt haben wir also eine Regierungskrise auch bei unseren Nachbarn in Frankreich. Was bedeutet denn das für uns? Frankreich ist immerhin unser zweitgrößter Handelspartner. Und ich sage mal so, wenn wir die Wirtschaft angucken, da ist Frankreich nach Deutschland auch der zweitgrößte Player auf unserem Kontinent. Was bedeutet das für uns jetzt? Also ich möchte zunächst sagen, dass die deutsch-französische Freundschaft eine Stabilität hat, die auch in Zeiten der politischen Neuordnung anhält und das übersteht. Aber sowohl Deutschland als auch Frankreich haben ein Wirtschaftswachstum, das weniger als ein Prozent beträgt. Und das ist natürlich schon eine Gefahr, gerade im Rahmen dieser geopolitischen Konstellation, in der wir uns befinden. Für Deutschland gilt, unsere wirtschaftliche Stärke war immer auch unsere geopolitische Stärke. Und das gilt letztlich auch für Frankreich. Ja, da geben Sie mir ein gutes Stichwort. Jetzt haben wir also ein weiteres Land, das sich in Europa in der Krise befindet. Wie beurteilen Sie denn die ganze aktuelle Entwicklung, die sich da gerade auf unserem Kontinent vollzieht? Das ist eine Entwicklung, die einem schon Sorgen bereiten kann. Hier müssen wir gegensteuern. Und ich habe erwähnt, dass wir am Montag zusammengesessen haben mit den Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich und uns aber auch verständigt haben auf wesentliche Punkte, dass wir bereit sind, den europäischen Pfeiler innerhalb der NATO zu stärken, dass wir uns an die Seite der Ukraine stellen bei ihrem Kampf um ihr Selbstbestimmungsrecht, dass wir etwas tun wollen für eine bessere Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union. Das sind alles Dinge, da sind wir uns einig. Und das wollen wir auch in schwierigen Zeiten weiter vorantreiben. Ja, Sie sind ja oft in Frankreich, Sie sprechen ja auch viel mit den Franzosen. Welche aktuellen Sorgen gibt es denn da? Wie ist denn da die Stimmung im Moment? Ja, die Sorgen sind natürlich in erster Linie auf die wirtschaftliche Situation gerichtet. Gerade jetzt, wo es nicht gelungen ist, den Haushalt durchzubringen. Das schlägt sich letztlich auf die Steuerzahler, aber auch auf die Rentner nieder. Und das erfüllt die Franzosen mit großer Sorge, aber nicht erst seit gestern. Wie gesagt, wir sind da in ständigem Austausch und die Sorge ist da. Und man muss jetzt schauen, wie es weitergeht. Ja, was sind denn so die Themen, die die Franzosen im Moment so am meisten umtreiben? Das ist sicherlich der Krieg in der Ukraine. Die wirtschaftliche Situation habe ich gerade beschrieben, aber ich muss auch lobende Worte finden für Macron. Ich finde es bemerkenswert, wie pragmatisch er mit dem Wahlsieg von Donald Trump umgeht, dass Trump jetzt auch am Wochenende nach Frankreich kommen wird. Ich finde das sehr gut, denn ob uns das gefällt oder nicht, Trump ist nun mal als Sieger aus den US-Wahlen hervorgegangen. Und das Beste, was wir daraus machen können, ist, die europäische Dimension zu stärken und ihm auf dieser Ebene in Augenhöhe zu begegnen. Ja, Nicole Westig war das, Vorsitzende der deutsch-französischen Parlamentariergruppe. Vielen Dank Ihnen. Ich danke Ihnen.